Das bringt uns nahtlos zu Herrn Reichert, der Landesvorsitzende der AfD. Guten Abend auch an Sie. Herr Reichert, war es die Zuspitzung am Ende, entweder Haseloff oder die AfD, die Ihnen vielleicht tatsächlich doch so diesen großen Abstand bestärkt hat? Ja, es hat sicherlich einen polarisierenden Wahlkampf zum Schluss gegeben. Auch die Umfragen haben das ja letztlich so transportiert. Aber ich denke, dass wir mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden sein können. Wir haben trotz Hetze und medialer Ausgrenzung unser Ergebnis, unser hervorragendes Ergebnis vom letzten Mal annähernd halten können. Und ich denke, das ist eine sehr gute Ausgangsbasis für die nächsten fünf Jahre.